Hallo und herzlich willkommen zum Verlosungsvideo. Heute zu verlosen gibt es Saison von der letzten Saison Champions League Sticker. Ja, Champions League Sticker letzte Saison. Die habe ich nicht gesammelt, daher könnt ihr sie haben. Darum verlose. Ich sehe vorhin Tops. Letzte Saison. Das waren so Doppelsticker auf einer Seite. Ich habe auch zwei Glitzersticker damals gezogen aus fünf Päckchen. Ich glaube fünf Päckchen waren es. Auf jeden Fall. Ja, die könnt ihr heute gewinnen. Schottie Sticker sind dabei. Dortmund. Die werde ich mir aufheben wahrscheinlich. Weil dann auch ein paar Radarer. Also Doppelsticker kommen, tue ich mir zur Seite. Das waren auch schon die Sticker. Oh, jetzt kann ich noch mal bedingungen sein. Das ist nicht mehr so. Das war ein paar Radarer. Ich habe mich schon mal bedenken. Ich habe mich schon mal bedenken. Das war's. Das war's. Ich habe mir schon mal bedenken. die kommentare zack zack Hashtag Raul Hashtag Raul Das Hashtag Erst Hashtag dann gleich Raul hinten rein kleben Die Sticker hebe ich mir auf oder es mal liegen so eines Und ja Die ganze Sticker hier sind eurer Hashtag Raul Und ich verlose das Am Samstag Wenn es euch gefällt lasst gerne Like da Lasst gerne Abo da Wir sehen und hören uns beim nächsten Video Und ja, wenn es euch gefällt Dann supportet mich Doch gerne Aufrufen Denn Support ist kein Mord Ich sage nur Macht's gut Und jetzt seht ihr mal die gelbe Wand Und 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 Und